Ich starte heute nach 10 Monaten wieder in eine neue Skywars Runde. Mein Ziel ist es auf jeden Fall mindestens einen Kill zu machen. Falls ihr Bock drauf habt auf mehr solcher Videos, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und sonst, wenn jemand Bock von euch hat, die nächste Runde mitzuspielen, dann schreibt euren Namen einfach in die Kommentare und dann seid ihr mit dem nächsten Video dabei. Also Leute, viel Spaß mit diesem Video. So Leute, also wir sind jetzt auf Gomme und dann würde ich sagen, starten wir auch schon in die erste Runde rein. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich habe letztens Gomme in einem Livestream gespielt, aber wirklich das letzte richtige Mal war dann wirklich vor 10 Monaten. So, dann würde ich sagen, suchen wir uns eine passende Map aus. Es sind ja auch schon letztes Jahr, irgendwann sind ja auch neue Maps dazu gekommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach Paris. Let's go. So, okay. Kit ist natürlich immer so eine Sache. Hier würde ich einmal das Axt-Kit nehmen. Da wir die Kisten dann direkt abbauen können und ich glaube auf der Map Paris ist es glaube ich am besten, dann erstmal halt mit einer Axt zu starten. Okay, und? Geht gleich los und let's go, okay. So, dann gehen wir mal hier rüber. Bauen das auch mal schnell ab. So, okay, was haben wir für Stuff? Oh, Netherite Boots. Okay, sehr stark. So, Dia-Hose, Eisenhelm. So, meckert mich nicht aus, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ich spiele etwas komisch Skywars. So, okay, da hinten ist auch schon der erste, würde ich sagen. Gehen wir auch schon in den... Oh, scheiße, ich habe kein Schild, Leute. Ich habe kein Schild. Ey, verdammt, daran habe ich ja jetzt nicht gedacht. So, okay, also wir haben das Schild. Was haben wir hier drin? Gold, Apple. So, Leute, hier oben war ja jetzt noch ein Dia-Helm mit drin. Den nehme ich jetzt auch schnell. Beziehungsweise der ist da. Ne, da ist gerade einer runtergefallen. Okay, easy. Dann komm, den holen wir uns. So. Leute, aufpassen. Ja, okay, tschi tschi, Leute. So, aber ich würde sagen, wir sind ja jetzt eh erst mal am Anfang. Dann können wir auch gleich schon in den nächsten Map rein starten. Da würde ich hier einmal Dschungel machen. So, wie schon gesagt, Leute, das ist jetzt das erste Mal Skywars wieder. Nach zehn Monaten. Also wirklich das allererste Mal Skywars. Okay, perfekt. Hier haben wir noch ein Gold, Apple. Und noch Karotten. So, aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch schon rüber. So, ich würde sagen, nächste Runde ist einmal hier Milky Way. Milky Way ist auch, glaube ich, meine Lieblings-Map. Ja, ja, ist meine Lieblings-Map. So, ich nehme aber wieder das Panzer-Kit. So, let's go, okay. Mann, ich will mindestens einen Kill machen oder so. Das kann doch nicht sein. Und das geht los. Okay, hier haben wir ja einen Gold-Apfel drin. Easy. So, was haben wir hier? Ausrüstung, Hose. Die nehmen wir mit. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es hier sonst noch auf dem Außenstreifen gibt. So, haben wir hier irgendwie ein besseres Schwert drin? Nee, okay, nicht. Okay, wenigstens ein Wurftrank der Heilung. Ansonsten haben wir noch Karotten. Aber nicht wirklich ein besseres Schwert. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal wieder rüber. Verdammt, Leute, ich hänge es am Spinnetz. Okay, schade. Dann würde ich aber sagen, direkt in die nächste Runde. Ich muss auf jeden Fall besser werden. Also, wenn mir einer davon euch noch ein paar gute Tipps geben kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jawohl, okay, wir haben ein Netherite-Schwert. So, zack. Zack, das kann einmal nach hier drinnen. Wir haben halt keine wirklich gute Ausrüstung. Haben wir ja, nee, auch nichts Besseres drin. Verdammt. Okay, okay, schnell mit dem Kit hier einmal weggemacht. Ja, verdammt. Das kann doch nicht sein. Hä, ich habe doch den Wurfdrang gemacht. Was ist das bitte? Dann haben wir hier irgendwas Gutes drin. Okay, Wurfdrang. Das ist sehr gut. Gut, Schild brauchen wir ja nicht und ansonsten spinnet es. Okay, mal ganz schnell hier. Da kämpfen schon zwei. So, okay, das nehmen wir mal mit und das hier auch. Okay, Leute. Hä? Was ist hier denn passiert? Ey, nee, oder? Nein! Hä? Oh, nee, Leute. Wir haben schon wieder hier so wichtiger Leute drin wie vorhin. Ich glaube, der war vorhin schon in der Runde. Ja, perfekt. Also, wenn wir jetzt diese Runde nicht verkacken. So, okay, aber perfekt. Wir haben hier schon mal ein Netherite-Schwert. Block, Steak. Okay, easy. So, was haben wir hier drin? Wurfdrang der Heilung. Lava-Eimer. So, warte mal. Ich muss mal gucken. Ein Gierstiefel brauchen wir. Ist jetzt hier nicht drinnen. So, okay, haben wir hier irgendwas Gutes drin. Feuerzeug. Komm, wir springen jetzt auch mal was in die Luft. Darauf habe ich jetzt irgendwie Bock, Leute. Hör, es geht schon los. Komm, den holen wir uns. Den klappen wir uns, Leute. Was sind das alles hier bitte für Spieler? Holy Moly. Warum sind die so stark? Hä? Ich spiele ganz normal. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Ey, verdammt. Das kann doch nicht sein. Ja, okay, Leute. Das soll es mit dieser kurzen Folge gewesen sein. Ich habe komplett reingeschissen. Also wirklich das nächste Mal. Wirklich das nächste Mal wird es echt besser. Wenn ihr wollt, kann einer von euch mit dabei sein. Und dann rasieren wir die Leute aber hier mal komplett durch in der Lobby. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Auch wenn ich komplett verkackt habe. Checkt gerne die ganzen anderen Videos aus, die ihr jetzt einmal hier eingeblendet. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Würde mich freuen. Und ansonsten, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.